Meck, Meck, was hast du denn hier unten zu erzählen? Renn doch lieber mit. Die füllen die ganze Fläche aus. Da hinten überall ist irgendeiner. Not das Stecknadelköppel. Nicht, dass ich jetzt hier überhaupt noch einen wirklich drauf hab. Wer ist denn da? Da ist Jerry. Jerry Kalle. Pichy. Juppidu. Prima, Peachmaus. Hast du gedacht, warst du zu lange weg? Ja, super gemacht. Guck, da kommt auch der Rattenschwanz. So ist klasse. Und bremsen. Juppidu. So ist fein. Gut. Eins, zwei, drei, vier viele. Alle da? Sehr gut.